Be free! Ich bin der Rüterese Kaufmann, komme von Bözen und gehe in die vierte Hacke. Also ich glaube, dass das Gebäude viel über die Schule sagt, das ist hell, offen und besonderlich ist glaube ich auch die Sprachvielfalt, also dass man verschiedene Sprachen lernen kann, dass man auch gut mit den Lehrern sprechen kann, wie man jetzt zum Beispiel etwas anderes machen kann oder vielleicht andere Ideen hat und generell einfach, dass die kaufmännische Ausbildung gut umgebraucht wird. Der absolute Lieblingsmengen war eigentlich die Kapraia-Reise letztes Jahr, Ende Schuljahr. Einfach mit dem Lehrer auch mal auf Reisen sein und halt einfach den Schulstress auch noch mal ein kleines Vorbeizulaufen in den letzten Jahren und einfach gute Sommerferien starten oder für mich auch ins Praktikum. Be free! Be free! Be free! Be free!